Meine liebe Leute, Grüße mit dem Witz von Ludger Winter. Heute der Frauengewissen Witz. Moment, sind wir weit. Meine liebe Leute, Grüße mit dem Witz von Ludger Winter. Und ein Post mit einer Penntaste oder so, das gibt's für mich auf. Und der Witz ist von Michi und Grise gehen von Samy J. Weiss und Michi Henschel. Und ihr könnt mir auch ein Witz geben, aber ihr könnt euch noch zwei Frauen grüßen. Und der Frauengewissen gewitze geht so. Warum haben Frauen immer ein reines Gewissen? Ja, weil sie es nie benutzen. Warum haben Frauen immer ein reines Gewissen? Ja, weil Frauen ihr Gewissen nie benutzen. Und Erklärung, Sachen die man nie braucht, bleiben rein und sauber. Damit's Auto nicht fährt, bleibt's auch rein und sauber. Und so brauchen die Frauen das Gewissen nicht. Die nehmen die Männer aus wie eine Zitrone da und nehmen die ganze Geld ab. Ohne Gewissen. Deswegen haben die Frauen ein reines Gewissen, weil sie es nie benutzen. Okay, ciao, komm, bitte abonnieren.